KWS Sharko ist eine neue Sorte mit einer Siloreife 280. KWS Sharko ist besonders für flächenarme Betriebe geeignet, da sie höchste Erträge pro Hektar bringt. Was mir besonders an dieser Sorte gefällt, ist die außerordentliche Standfestigkeit, die der KWS Sharko in den Wertprüfungen gezeigt hat und die Kompaktheit der Sorte. Deshalb meine Empfehlung KWS Sharko für Milchviehfütterung und für Biogas. Vielen Dank.